Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich Blumen gießen und ich habe mir als Form die Geode Duo Form von Molds & Shapes rausgesucht. Ich finde die immer sehr praktisch, gerade wenn man erstens nicht so viel Platz hat, zweitens ich nehme auch schon mal mein Kunstharz mit in den Urlaub und dann nimmt so eine Form nicht so viel Platz weg. Also ich finde sie wirklich richtig, richtig toll, einfach zu transportieren und auch für, sage ich mal, Restegüste wie hier. Ich hatte noch ein bisschen übrig von einem Guss davor, ist sowieso mal meine Taktik. Ich mische mir immer etwas mehr an, dann mache ich halt meinen ersten Guss und bis ich dann fertig bin, ist halt das Harz so weit, dass ich es für die Blumentechnik benutzen kann. Da vergeht meistens so ungefähr eine halbe Stunde, 35 Minuten und dann kann ich anfangen, halt für meine Blumentechnik mal heiß zurecht zu mixen. Dann gebe ich dann auch das Klare in meine Form rein, wie jetzt. Und ja, ich habe mir jetzt auch, habt ihr glaube ich, so ein bisschen am Rand sehen können. Klaris hat es in einem kleinen Becherchen gegeben. Da ist der Becher und dann mixe ich mir da mein Angel White, meine Pigmentpaste in mein Becherchen hinein. Angel White ist von L'Oress, das habe ich ja von Loras Art Corner bekommen. Ich rühre das mal eben so ein bisschen durch und dann nehme ich ein bisschen, was dann noch am Spachtel hängen bleibt. Das nehme ich dann für mein Weiß. Normalerweise wische ich mir auch so ein bisschen den Spachtel nach einer Zeit ab, nach dem Mengen, um dann zu sehen, wie opak ist mein Weiß. Am besten ist es, das Weiß nicht zu opak zu mischen, sodass ihr immer noch den Spachtel so ein kleines bisschen durchschimmern sieht. In dem Fall, diesmal habe ich es nicht gemacht, weil ich habe ungefähr selbst so ein Gefühl, wie ich mein Weiß anmische und von daher alles gut. Jetzt nehme ich nochmal mein Dottingtugel, gehe am Rand entlang, versuche alle Bläschen zu erwischen, gelingt mir auch nicht immer, werdet ihr auch nachher sehen, aber ich versuche es immer so gut es geht und auch, falls da noch ein Härchen oder sonst was in der Form ist, das mal eben herausfischen. Ja, dann suche ich mir meine Resin-Ings raus, welche Farben ich verwende und ich nehme als erstes das Strawberry. Das ist von Octopus und meine zweite Farbe, die habe ich glaube ich gar nicht in der Kamera gezeigt, das wird das Smurf sein. Ich habe gedacht, die beiden Farben passen gut zueinander. Ja, und dann habe ich ja das Strawberry in der ersten Form in die Mitte mit zwei Tropfen getropft und jetzt gehe ich der Form entlang und tropfe mir an der zweiten Form halt am Rand entlang mein Strawberry. Dann nehme ich das Smurf und gebe einen Tropfen oder auch zwei Tropfen, was mache ich da? Nein, zwei, so wie bei dem roten, gebe es bei der einen Form in die Mitte hinein und dann um meinen roten Tropfen dann das Blau. Ich habe gedacht, das ist eine ganz gute Farbkombination. Dann nehme ich mir mein Dotting-Tool und mache mir so ein bisschen mein Design. Und das ist total lustig, dass Blau und Rot komplett anders reagieren. Ihr werdet das gleich an dem zweiten Untersetzer sehen. Hier ist das Rot richtig so schön zusammengeschrumpft und das Blau, das bleibt einfach so. Das ist schon ganz lustig. Also wie die Farben teilweise dominant sind, wie sie reagieren im Harz. Also Wahnsinn. Ja, dann nehme ich mir mein Becherchen. Also mein Weiß ist wirklich so, wie ich es haben wollte. Ich habe das jetzt nicht noch groß überprüft, weil, wie gesagt, ich habe so das Gefühl dafür. Und dann werde ich aus dem Becher heraus eine Spirale gießen. Ich finde, das ist immer wirklich die einfachste Technik. Habe ich ja auch schon oft in meinen Videos erwähnt. Aber es ist die einfachste Technik, auch eine wunderschöne Blume zu gestalten. Ich gieße halt aus meinem Becherchen. Wer sich da nicht so sicher ist, der kann gerne aus dem Spritzbeutel gießen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er es gerne hätte. Und ihr seht, ich gebe dann meine Spirale hinein. Gieße die diesmal auch relativ breit mit einem größeren Abstand. Ihr seht das da. Das Gleiche mache ich jetzt bei dem Zweiten, bei der zweiten Form. Nehme mir auch meine Zeit, wie immer. Sag ich ja immer gerne. Kunstharz ist nicht irgendwie alles in Hektik, alles auf Teufel komm raus machen. Sag ich gerne. Einfach genießen. Es ist ein Hobby und das muss, ja, zelebriert werden, sag ich einfach mal. Und dann mache ich ja mein Design und die Tropfen geben schon das Design vor. Es ist echt ein schönes Blumendesign. Und dementsprechend gehe ich halt von außen nach innen. Und das Gleiche mache ich hier mit dem Roten. Da gibt es, ja, da geben die Tropfen das auch vor. Aber es ist schon Wahnsinn, wie das Blau bei diesem Untersetzer so dominant ist in der Mitte. Und das Rot so nach außen gepusht hat. Und umgekehrt dann halt hier bei dem Blauen, das Blau dominant ist. Hier gehe ich jetzt auch nochmal in jede einzelne Blütenblatt hinein. Auch wieder von außen nach innen. Ich liebe das Design ja, wenn es ganz viele Blütenblätter ergibt. Das Gleiche mache ich hier mit meiner hoffentlich rot werdenden Blume. Sieht gerade nicht so danach aus. Ja, es ist immer das Herausfordernde an Kunstharz. Und dann gebe ich immer noch einen kleinen Wirbel in die Mitte. Habe mich diesmal für den Wirbel entschieden. Ich werde kein Glitter in die Mitte geben. Ich finde es manchmal auch sehr, sehr schön ohne Glitter. Also es kommt immer nach Lust und Laune bei mir an. Nochmal eben mit dem kleinen Sturmfeuerzeug drüber. Ja, und da kann ich auch schon am nächsten Tag entformen. Beziehungsweise ich habe diesmal, glaube ich, zwei bis drei Tage gewartet, weil ich hatte keine Zeit zum Entformen. Und dementsprechend sind die natürlich jetzt wirklich ausgehärtet. Da ist nichts mehr weich. Aber jetzt schaue ich einfach mal, wie das Ergebnis ist. Und schaut mal. Sind die nicht schön geworden? Also ich finde das richtig toll mit dem Rot in der Mitte und außen. Das Weiße, was sich da, wie sich das Blau da verhalten hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt meine rote Blume. Und schaut mal hier. Auch sehr, sehr toll. Also gefällt mir sehr gut. Auch mit den zwei Farben und dann das Weiße. Doch, ich bin sehr zufrieden. War ein bisschen kritisch, ob das alles so funktioniert. Aber ja, aber es ist gut gegangen. Und da bin ich auch sehr froh. Und hier seht ihr halt das Endresultat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Kommentar freuen. Über einen Daumen hoch. Und hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video. Ich sag mal, bis dann. Passt auf euch auf. Eure Petra. Tschüss. Tschüss.